Die Industry Forward Expo ist das erste digitale Festival der Industrie in Deutschland. Kern der Expo ist das hochwertige technische Konferenzprogramm mit 100 Vorträgen, das über 60 Industrieunternehmen auf dem Festival präsentieren. Über drei Wochen hinweg bieten Vordenker, Macher, Experten der Industrie auf sieben verschiedenen Themenbühnen, Mind-Opener, Keynote-Vorträge und TED-Presentations. Wie auf einem echten Festival wechseln Teilnehmer von Themenbühne zu Themenbühne, interagieren mit anderen Teilnehmern, mit Speakern und den Unternehmen. Durch diesen ausgedehnten Agenda-Zeitraum von drei Wochen ist all das unkompliziert in jeden Arbeitsalltag zu integrieren, egal ob ein Teilnehmer im Büro oder im Homeoffice. Damit ist es für jeden, der möchte, ganz einfach an der Industry Forward Expo 2021 teilzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Die Industry Forward Expo ist keine virtuelle Messe. Es gibt keine Virtualisierung von Messegeschehen und Messeständen, keine 3D-Animationen. Die Expo setzt ihren Fokus klar auf Conference und Networking und bringt es über Inhalte, Themeninteresse und vielfältige Networking-Touchpoints Anwender und Anbieter der Industrie zusammen. Teure virtuelle Unternehmensauftritte spielen dabei keine Rolle. Geschäftsanwarnungen, wie wir sie kennen von Onsite-Messen, schätzen dafür umso mehr. Die aktuelle Situation stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. Durch den Wegfall fast aller Onsite-Messen und persönlicher Kundenkontakte fehlen Anbindern und Anbietern wichtige Touchpoints. Genau da setzt die Industry Forward Expo an und schafft Mehrwerte für alle Marktteilnehmer in der Industrie. Als hochwertige Industriekonferenz erstellt sie Anbietern die Bühne für Innovationen, Themen und Fragestellungen zur Zukunft der Industrie. Für Anwender entstehen Thementreffpunkte für Learning, Benchmarking und Networking. Über gemeinsames Themeninteresse und moderierte Interaktion entstehen Austausch, Leads und schlussendlich Geschäftsanbahn. Das sind die Mehrwerte der Industry Forward Expo. Das sind die Mehrwerte der Industrie. Das ist die Mehrwerte der Industrie.